Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play. Gucken wir mal an den Concert DRT-B und Konflikt mit mir alle Wachen 990. Ja, das Game ist abgeschmiert, das heißt Aufnahme kaputt. Ist halt ein altes Spiel in moderner Technik. Ja, ist halt immer so, das war glaube ich bei der letzten Aufnahme auch so. Dass das Game ja einmal abgeschmiert ist und dann halt nie wieder. Ist halt so typisch altes Spiel. So, den werden wir erstmal noch kurz ausschalten. Wir müssen die beiden, also ich weiß ungefähr zumindest, was ich machen muss. Interessant, dass jetzt keine Leute rauskommen. Egal. Bevor die Aufnahme halt abgebrochen ist, beziehungsweise das Game halt kaputt. Das Game gecrashed ist so kaputt gegangen. Einzig ist es sehr kaputt gegangen. Kamen dann mehr Leute raus. So, wir bekommen jetzt nämlich auch ein Heli. Und wie gesagt, ich weiß ungefähr, was ich zu machen habe. Ob es nur im Endeffekt so gelingt und so. Ich weiß, das weiß ich halt nicht. Ich hoffe es einfach mal. So, wir haben hier nämlich einen schönen Heli, so einen kleinen Chinook. Interessant, dass wir einen fetten Chinook schicken für eine Person. Ein Little Birdau beispielsweise hätte es auch gereicht. Aber eine gute Gart. So, ich werde hier ganz kurz mal speichern auf meinem zweiten Spielstand. Ja, wir gehen jetzt weiter mit unserem Kommando-Bot. Vorzugsweise ohne Heli. So, zack. Und zwar ist hier oben eine Kreuzung. Hier kann man jetzt noch lang gehen. Hat man hier oben eine Flak. Hier hat man eine Flak-Stellung. Hier hinten hat man noch eine Flak. Und ich werde auch noch mal holen. Genau. Und jetzt müssen wir ganz kurz warten. Und zwar, wir haben hier zwei Wuggys. Die fahren jetzt da oben. Ihre Patrouille verweilen da oben ganz kurz und konerviert zurück. Und dieses Zeitfenster, wenn die denn hier wieder zurückfahren, müssen wir nutzen, um nach oben zu klaufen. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich so klappt, was ich da so in Erfahrung gebracht habe. Ja, die Mission. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt, weil die Aufnahme relativ lange her war. Ja, aber das Video, weil da ja so eine Funkstörung drin war und auch der Auftrag, kann ich euch auch ganz kurz mal zeigen, ne? Auszuschalten, ne? Zerstören sie? Und den ganzen, äh, auszuschalten. So, zuschlagen, bla bla bla. Ist ja nicht wirklich aussahekräftig, was da nur kaputt gemacht werden soll. Ähm, aber um den ganzen Düt laden zu legen oder sowas, könnte er vielleicht, oder auszuschalten, den ganzen Laden auszuschalten, könnte eventuell ein Kraftwerk sein, was mir nachher aufgefallen ist, bevor das Spiel halt abgeschmiert ist. Und wenn das Spiel halt abschmiert, ist halt leider die Aufnahme im Arsch. Weil, ich nehme ja mit OBS auf. Ähm, und da geht die Datei denn leider relativ fix kaputt. Ich sag, bevor du mich irgendwie verraten kannst. Das Gute ist halt, dass ich jetzt relativ viel Leben hab. Das heißt, es sollte eigentlich ganz in Ordnung gehen, dass ich jetzt die Mission schaffe. Da kommen die beiden Buggys. Wie gesagt, der Zeitfeld ist relativ kurz. Oder klein. Äh, um hier hochzukommen. Wenn dann halt die Leute da noch kommen. So, zack. Wie gesagt, das Spiel ist trotzdem blind. Auch die anderen Missionen sind blind. Das ist halt immer nur... Es war halt bei der, wie gesagt, bei der letzten Aufnahme, glaube ich, auch so, dass da einmal abgeschmiert ist, die Aufnahme. Beziehungsweise das Gaming Crash ist. Aber hey. Ansonsten läuft es wirklich stabil. Ich hab keinen, sonst eigentlich keine Probleme. Aber hey, ist halt ein Windows 95 Spiel. Und der Windows 10. Und dann noch mit Origin. Da gibt es manchmal wirklich ein paar Probleme. Und ja. Zack. In der Hoffnung, dass es wirklich das Kraftwerk ist, was ich kaputt machen muss. Jawohl. Weil dann hat dieses Ding jetzt keine Energie mehr. Und wir haben die Mission geschafft. Juhu. Sehr schön. Sehr nice. War hart. War wirklich hart die Mission. Weil ich habe, er muss auch erst mal überlegen, beim ersten Versuch, was könnte das eigentlich heißen. Ich habe mir da in dem Bericht, was ich euch gezeigt habe, überlegt, was keiner heißen. Und dann halt auch, dachte ich so, gut, zerstörst du die ganze Flachs. Und dann fließt du da irgendwie mit dem Heli rein. Ja, aber scheiße. Und denn, hm, ist ein Kraftwerk, dann habe ich mich mal ein bisschen hingesetzt und mal erkundet. Äh, und ja. Und dann ist das Game, wo ich denn, bei dem Ladescreen eben, war halt alles weg. Ton ist am Arsch gewesen. Und ja, musste ich halt nur mal neu aufnehmen. Und jetzt, das habt ihr jetzt gesehen in Kurzform. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen. Kurz mal trinken. Und unser neues Territorium ist Tschechien-Bevölkerung. 10, äh, 10 Millionen? 10,4 Millionen nur? Okay. Äh, geografische Region, bla bla bla. Hauptstadt des Prag ist eine Republik. Äh, Bruttosozialprodukt 120 Milliarden Dollar. Krisengebiet Ostrau. Militär stärke nationale Garde. Kommander, gab es da Unklarheiten mit dem letzten Befehl? Wir wollten, dass Sie alles ausschalten, aber Nod hockt immer noch da. Wir können Ihnen jetzt eine komplette Einheit zur Verfügung stellen, aber diese Mission muss dafür auch klappen. Beseitigen Sie alle Nod-Kampfbots und Installationen, was immer Sie finden. Und reprogrammieren Sie Ihre Droiden. Erbeutetes Tiberium ist mit äußerster Sorgfalt zu transportieren. Es scheint einen negativen Einfluss auf Bots und Menschen auszuüben. Ende. Okay. Okay, er hat uns gesagt, wir haben ein paar Einheiten. Oh, die Wachtürme. Die sehen cool aus in der Cutscene hier. Das sind ja so die typischen, ähm, Alarmstufe Rot-Türme, die die Nod haben. Ich glaube, die die einste Wachtürme und so weiter haben. Ich hoffe mal, dass wir auch ein Ding jetzt bekommen. Ähm, MBF. Dass wir hier ein bisschen was bauen können und die dann überrennen. Okay, wir haben Geld. Das heißt, wir kriegen MBF. Das ist schon mal cool. Ich hoffe, ich zumindest. Das ist nur ein Humvee. Ja, natürlich. So instant. Ich hasse Flammenwerfer, habe ich schon mal gesagt. Ich speichere trotzdem mal auf meinen Hauptspielstand. Da haben wir schon mal ein Panzer. Sehr schön. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Noch ein Panzer, noch besser. Da haben wir schon mal zwei Panzer. Okay, wir schießen doch erst mal auf den Panzer. Okay, wir schießen doch erst mal auf den Panzer. Na, komm. Ich will ein fucking MBF haben. Ich muss mir was bauen. Ich habe halt Geld bekommen. Das heißt, ich muss eventuell diese Welle abwarten, dass ich denn meinen MBF bekomme. Ich hoffe es mal. Weil mit zwei Panzer... Jawohl, jawohl, das ist ja. Endlich, MBF, endlich Basis bauen und die Penner ausschalten. So, das heißt, wir müssen jetzt nur noch mal durch die Gegend düsen. What the fuck, Alter, wie schnell ist das MBF hier? Oh, die shit. Und schauen, wo wir uns am besten platzieren können. In Sachen... Gut, da wird definitiv nichts mehr sein, das Küstenende. Wegen Tiberium. Weil ich würde schon so dicht wie möglich am Tiberium ranfahren, dass die Sammler halt im Endeffekt nachher nicht mehr so einen fetten Weg haben. Weil, ne? Kurzer Weg. Uhuhu, hallöschön. Da haben wir es, Tiberium. Haben wir hier noch mal ein bisschen mehr Tiberium eventuell? Herr Kollege, du kannst auch überfahren. Ich würde trotzdem noch ganz gerne gucken, ob wir vielleicht hier noch ein anderes Tiberium-Feld haben. In der Hoffnung, dass es nicht das Einzige ist und ich da eventuell zwei Vorkommen habe. Überfahrt die Sau jetzt mal. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Muss... Was? Okay. Okay, 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 okay. Okay, ich sollte jetzt wirklich anfangen. Ich habe zu viel Zeit verblendet. Jetzt schon. Das heißt, wir bauen hier unser... unser Dingensinn. Zack. Wir bauen jetzt ganz schnell mal unsere Basisfix auf, bevor ich... ähm... Dingensbau. Äh... Kraftwerk geht da unten hin. Wir bauen jetzt ganz kurz mal eine Cyborg-Fabrik im... als Gegenwehr. Okay, ich habe gedacht, dass ich noch wenigstens ein bisschen scouten kann vorher. Aber ein Scheiß war's. Okay, da haben wir schon mal die Dingens. Wir haben... Oh! Wir haben auch Raxirus. Okay, wir haben... braucht erst mal zwei, drei Schützen, um halt die gegnerischen Raxirus da irgendwie... ja, fernzuhalten. Okay, ähm... So. Gib, gib, gib. Zack. Ähm... Als nächstes bauen wir fix mal eine Waffenfabrik. Radarsilo... äh, Radarsilo. Tiberium Silo brauchen wir nicht. Da kommen schon die nächsten Spackos. Das ist ein bisschen doof. Okay. Interessant. Das... Ähm... Den brauchen wir nochmal. Oh shit. Reparieren. Ach really? Warum können die dann jetzt von unten angreifen? Holy shit, Alter. Die machen mich platt. What the fuck? Alter, ich muss die Mission neu laden. Holy shit. Okay. Das heißt, ich muss da wirklich so schnell wie möglich aufbauen und alles. Das heißt, Tiberium Fabrik... Äh... Kaserne kann nicht knicken. Kaserne ist unwichtig. Ähm... Das war nur wirklich mega unluckig. So, zack. Du fährst nach oben. Das heißt, wir können uns jetzt relativ schnell aufbauen. Was die jetzt so extrem mich schon anbelagern. Holy shit. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. So. Jawohl. In Ordnung. Zack. Bau dich auf. Bau dich auf. Sollte ich aufbauen, man muss scheiß Mbf. So. Ich trink mal einen Kurs und zwischen war ich manchmal einen Schluck. Ist halt wichtig. Die gerade trockene Luft. So. Zack. Tiberium Raffinerie. Nee, Quatsch. Ich muss ein Roboter. Äh... Roboter. Ja, doch. Roboter-Kaserne. Eine Kaserne bauen, dass ich halt die Wachtürme bekomme. Konstruktion fertig. So, zack. Du brauchst 2000. Das heißt, wir können uns erstmal ganz kurz mit einem Wachtturm, oder mit zwei Wachtürmen hier unten, und da oben irgendwie absichern. Dass ich da ein bisschen was mache. Ähm... 500 Euro, äh... 500 Dollar ein Wachtturm, 2000 kostet die Tiberium Fabrik. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So. Einmal unten. Dann bauen wir hier noch ein. Dann denken wir da nochmal ein. Also jetzt als nächstes ein hier oben. Und dann sollte es erst einmal passen, weil dann würde ich ganz gerne auf die Tiberium Raffinerie raufgehen, dass ich halt Geld schaffen kann. Konstruktion fertig. So, zack. Als nächstes Tiberium Fabrik. Beziehungsweise Tiberium Raffinerie. Die haben hier doch nur 100 gekostet. Warum war ich denn so an... Dingensmangel? An... Ähm... Tiberium Mangel. An Finanzmittel Mangel. Holy shit. Eigentlich hatte ich. Na gut, egal. So. Okay. Als nächstes... Kommst du da hin? Dann gib noch mal ganz kurz ein Wachturm. So, dass ich dann kurz warten kann. Also ich würde den Wachturm denn als nächstes... Und noch mal hier unten hinsetzen. Hier irgendwie hinsetzen. Ich habe die Raffinerie-Kacke gesetzt. Das ist... Ah... Scheiße. Fertig. Okay. Kommen wir eben den doch da hin. Ähm... Da, 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 da. Machen wir einen Wachturm. Genau. Sehr schön. Weil die Wachtürme sind mega stark. So wie es aussieht. Holy shit. Holy shit. Das war... Das war... Ja, gut. Okay. Ich dachte jetzt... Gut. Die wären jetzt so wie die Bunke. So. Zack. Ich weiß nicht, ob... Die A-Reichweite reicht nicht. Na komm. Zack. Okay, okay, okay. Ist okay. So, zack. Der Wachturm ist da ein bisschen fail, muss ich gerade nur sagen. Aber gut, egal. So, wir haben 1000. Wir brauchen jetzt erstmal nochmal einen Kraftweg. Ich muss leider ganz kurz warten. Dann so unten. Die Verteidigung steht dann einigermaßen. Dann würde ich das einmal so tun. Dann würde ich... Den einmal verkaufen. Dann kriege ich nämlich den Wachturm... Hierhin platziert. Und dann bin ich eigentlich... Relativ gut abgesichert. Dann kann ich nämlich hier eine Waffenfabrik bauen. Und ein Radar. Und dann sollte es eigentlich schon... Auf geht's. Funktionieren. So, zack. Meine beiden Panzer stehen da. Aber jetzt müssen wir ganz kurz warten. Genau, jetzt bauen wir als nächstes eine Waffenfabrik. Wir werden ganz kurz mal zwischenspeichern. So, sichern auf GDI 2 und der passt es. So. War jetzt ein bisschen fail, dass ich am Anfang wirklich verkackt habe. Die zwei Minuten. Okay.